hallo ihr lieben ich bin nora markenwohlschaft darin bei pta und ich habe heute die ehre mit euch die neue box anzuschauen das design ist wie immer wieder sehr schön geworden wie auch die letzte mal hier ja dann würde ich sagen wir legen einfach gleich mal los als erstes kommt ein das magazin entgegen mit der lieben tiana diesmal auf dem cover und dann haben wir als erstes von eucerin den hyaluron füller mit lichtschutzfaktor 30 den gibt es für normale bis misch hat aber auch für trockene haut und so wie auch die nachtpflege gibt es von dem von der eucerin hyaluron serie wie man aus dem namen schon hören kann ist auf jeden fall hyaluron mit enthalten was dafür sorgt dass die falten aufgepolstert werden so und dann teste ich das ganze mal der duft ist ein bisschen angenehm ich mach das jetzt mal eben hier auf der seite weil der hals muss natürlich auch immer mit gepflegt werden ja das ist sehr angenehm zum auftragen und für das erste zieht auch sehr schnell ein nicht schlecht so als zweites haben wir das medigel das ist mit zink und eisen für die schnelle wundheilung man kann es auch für die schleimhäute gebrauchen sowie für die nase oder für den mund da sehr sensibel ist kinder können es gab bei kindern können es auch anwenden also hat schon ein sehr weites spektrum wo es eingesetzt werden kann als drittes haben von bayern ein kleines notizbuch sehr schön da kann man schon mal kleinigkeiten reinschreiben passt denke ich auch sehr gut in die kitteltasche und zwar geht es hierbei um das e-learning von bayern das können wir uns auch mal zusammen kurz anschauen und zwar sieht man hier kann man hiervon teilt ein e-learning oder ebogast aspirin komplex oder elevit und wenn man das komplett durchgearbeitet hat bekommt man am ende einen 5 euro gutschein von duclas die schulung in 35 oder 25 minuten also kann man auf jeden fall mal abends kurz mal durchschauen so und da kommt schon zu den letzten produkten und zwar die thermacare wärmepflaster die kennt bestimmt auch jeder von euch ich persönlich mag sie auch sehr gerne und zwar haben wir einmal dabei den umschlag für den rücken von größte s bis xl also gut für wie für jeden geeignet dann haben wir noch die wärmeauflage für größere schmerzbereiche und die wärmeauflage für den nacken und schulterbereich die für den nacken und schulterbereich hält bis zu zwölf stunden die wärme an bei den anderen beiden sind acht stunden aber damit kann man auch schon mal guten tag überbrücken was ich an denen sehr schön findet dass man die direkt auf die haut kleben kann und nicht direkt nicht erst noch auf ein t shirt kleben muss weil man sonst verbringungen kommt die my life gehört natürlich auch mit zur box diesmal dem thema rücken wir haben die my life auch in der apotheke dieses bei euch habt ihr sie auch ja und das war es auch schon mit der box mir hat sie sehr gut gefallen ich hoffe euch auch denkt an das bewerten damit ihr euch auf die nächste box qualifiziert